Morgen meine Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Bei mir ist es halt so, ich habe seit gestern wieder mal meine Pollenallergie, meine Augentränen, die Nase läuft. Ich muss nachher in die Apotheke irgendwas holen oder zum Arzt mal gucken, was stärkeres mir besorgen. Aber ich kenne es halt jedes Jahr und letztes Jahr war es ganz schlimm, da war es ein Mastjahr und da hat jeder Baum gemeint, der muss mich ärgern, ich habe die trotzdem lieb, die Bäume. Ja, ich hoffe ihr leidet nicht darunter, ich werde heute nicht schreiben können. Aber das Wochenende kommt und dann kann ich wieder Vollgas geben, ich habe heute so viele Termine und ich kann es mir nicht erlauben, irgendwie jetzt da was ausfallen zu lassen. Lasst euch gut gehen heute, startet später gut ins Wochenende und genießt den Tag, jagt eure Träume. Ja, ich wünsche euch nur das Beste. Bis später. Ich wünsche euch nur das Beste.